Ich habe einen feindlichen Soldaten gesehen. Hier ist deine erste Hilfe. Lol. Sehr schön. Die Waffe würde fallen. Wir lassen. Wir müssen sie uns holen. Damit kommst du wieder Norden. Nooo. Ich befürchte, das schaffen wir nicht mehr. Ich habe einen feindlichen Soldaten in eurem Gebiet gesichtet. Over. Wegkippmittel. Achso, ich habe schon wieder... Toll. Oh. Wieso ist denn die so schnell leer? Toll. Keine Muni mehr. Die Zeit halten für die Krise. Wir müssen schwer machen, um die neue Runde zu arbeiten. Oh. Da. Da. Es tut. Ich bin wieder da. Guck, guck. Oh, oh. Du bist im Gefecht. Ja, ganz derbe sogar. Ich hab keine Muni mehr. Ich bin bei dir. Ich hab Muni. Stopp. Kommt einer um die Ecke. Kommt gleich noch einer. Da sind ganz, ganz viele. Ich hab Donner Mike erschossen. Das ist ein guter Einstieg. Das kann nur super werden. Oh, Vorsicht, noch einer. Sehr gut. Vorsicht, noch einer. Zwei. Einen hab ich. Und ne Killhilfe. Und der Donner Mike wieder. Wundervoll. Bin tot. Was? Lol, da sitzt einer in der Ecke. Lol. Mhm. Äh, wir müssen mal zur Bombe. Fällt uns auch. Da startet gerade einer an der Drohne. Wieso kann ich meine, hallo, wieso kann ich die Waffe nicht mehr wechseln? Was war das denn jetzt? Du blöder Penner. Okay. Auf, auf zur Bombe. Das ist doch kacke. Nicht mal ein Fahrrad gibt's hier. Das stand ja eben schon, als ich wieder gekommen bin. Du Blitzmerker, ey. Ey, ich hab das gerade erst gesehen. Jaja. Du bist fast tot. Ja, ich weiß. Au. Ich bin schon wieder gleich fast tot. Au, au, au. Ich hab nur ein HP. Loll. Ooooooooh. Hier ist dein Medikettmann. Reifungen in der Tür. Seine erste Hilfe. Unzulande. Ich hab's drauf. Keine Ahnung. Du hast die Bombe wirklich. Ja, ich weiß. Okay. Das Problem ist, wir sind... Oben im Waggon sitzen sie. Granate. Fuck. Jetzt bin ich auch weg. Au. Warum denn von hinten? Immer wird man von hinten erschossen. Ich muss jetzt hier Kraft machen. Hm. Hm. Du wirst dich wundern, auch das Beutelfüllen wirst du hören und zwar nicht zu wenig. Achtung. Krass, oder? Alter. Alter. Dafür geht's bedeutend schneller als sonst. Hoffentlich sterbe ich. Juhu. Ich bin endlich tot. Oh. Scheiße. Ich krieg schon wieder... Ich krieg hier grade ständig irgendwelche Dinger. Oh fuck. Ich hab natürlich keinen Boost an. Oh. Du wirst ihn da hinmelden. hast du ja mal dran, um zu helfen? Ja. Ah, ne bogg. Was los, mir? Du bist neidisch? Willst du auch? Dann kommt das mit, nicht vor geht. Hm, romm, romm, romm. Hier wird man nur gefistet. Interessant. Ahringer im Erkennungsmarke. Ja! Wiederbeleben und Tuten dann Granate abkriegen. Spottet keiner. Ich bin mit dem Sturmgewehr unterwegs. Ich habe keine automatische Zielerkennung. Und so oft wie ich tot bin, habe ich gar nicht die Chance zu spotten. Gar nicht so richtig. Der war doch eben schon an C hier dran. Was ist denn hier kaputt? Unser B ist scharf. Das ist ja aufregend. Und unser ganzes Team ist irgendwie... Ja, weg. Falsch. Ja, ich sag ja, die war eben bei denen an C dran. Wenn wir noch ein anderes Ziel verlieren, müssen wir geliefert. Ich fordere höchste Konzentration. Warte, bin gleich bei dir, kriegst du Heilung. Vorsicht! Vorsicht! Hier ist dein Medikin. Bereit heiß! Wir suchen nach der neuen Waffe. Ganz wo unter. Granate! Schöne! 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 Schöner! Ich habe den feindlichen Soldaten in eurem Bereich gesichert, ich habe den feindlichen Soldaten in Sicht. Die kommen von hinten. Ja, einen habe ich. Ich wäre für die vergessenen Inseln, glaube ich. Ich habe mal gevotet. Oh, lol, steht er recht vor mir. Ich habe dich gerecht. Danke. Ich fand das gerecht. Warum kann ich mich bei dir spawnen? Weil ich tot bin. Achso, oh. Müssen wir uns nicht mal die Bombe schnappen? Von wo? Danke. Das noch ein, oder? Ich weiß nicht. Bin bei dir. Könnte Muni geben. Ich habe da eine erste Hilfe für dich. Die Bombe ist ungeschützt. Tut sie euch. Ich habe gerade ein glückliches Fahrzeug gesichtet. Auf und offen halten. Over. Die Bombe ist ungeschützt. Die Bombe ist ungeschützt. Achtung. Ich habe den feindlichen MG-Fürzug. Na, Mannu! was macht denn unser ganzes kurzer an irgendeinem gegnerischen sie vielleicht erst können natürlich sein dass die quasi dahinten aufräumen da kann man natürlich leichter hinlaufen das problem ist so dass man hier ist einer drin ach so ach im zog die hr im bus im bus sind so direkt um die ecke gleich ja da kann man die Bombe ist auch scheiße ich habe einmal im Port genommen so gut wie weit ich damit komme über den Platz zu rennen ist auch wir stehen da immer noch gut als Mindest bei den Bomben Träger ja ich wollte es wollen das war wohl nicht von der Volke grün ich habe wieder ein Quad da ich gerade immerhin bis zur Bombe durchgekommen bin denke ich mir kann ich es noch mal versuchen kriegen gleich gesellschaft von hinten doch da aber das war ich ist aber auch nicht da ja wir haben hier ein feindes Kontakt Prozent Mon ich bin nur Freischaltung dann kann ich mit dem Kühlen Mert wir haben wir dort meine Abstimmung hat gewonnen so die erste Hilfe ist unter dir die Bombe wurde fallen gelassen wo ist sie euch ja super steht ihr da einfach so rum und macht gar nichts wenn man den da wenigstens als menschlichen Schutzschild nehmen könnte aber sowas geht ja auch nicht das wäre immens praktisch weißt du ich habe noch aus den Augenblick gesehen dass da so ein Gegner gespottet ist und was macht der Typ der direkt neben mir steht ich fahre mit dem Quad quasi gerade los der stand wirklich nur rum der hat da direkt hingeguckt in die Richtung mh 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 Die Schuss sind nicht beschuldet! Achtung aufpassen! Rufloch! Rufloch! Mach mir die andere ein! Mach mich jetzt nicht rein! Keine auf die Bonte! Echt an die? Die sind was dann hier! 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 Wir müssen uns holen! Wieso rennt der denn jetzt wieder auf? Achso! Au! Juuu! 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 Brandgranate reingeschmissen! Juuu! 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 Please Note ان für das Schmal! Juuu! 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 um ja wir haben zu wenig Bombe gesucht ein ich glaub die ist man schon Zeugs aus der Welt haben Kamal Möbel er wünschen Möbel Möbel Kessler ist da Servicester sehr schön dafür würde es nicht so prickelnd und du bist erster wo gut Moment Prozent oder sind die nicht so gut ich würde sagen wenn ich die erste bin hier war der Rest wirklich nicht so gut Na gut Autsch Boah Autsch 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 Autsch